Ja. Der ist mit dir, wer ist denn zu mir geworden? Der steht in einem Daumen nach unten Daumen nach unten Daumen nach unten Daumen nach unten Ja Ja Das ist ein Das war so Parmotiv Ich bin ein Prüster aber trüster eigentlich nie Was reden denn? Weil es ein Kreis holt, das andere nachgelost. Aber zum Schluss fahren wird es wieder auch kaff, kaff. Das geht nur. Eins ist weg. Wie geht's? Komm nach rechts, komm her. Das sieht aus aus von mir. Ja, so Blitzdinger. Ja, da sitzt einer doch ohne. Unter dir. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Kinder vor allem. Ich darf Sie im Namen des Leibnizbuchs als Herr Lauerbach ganz herzlich zum diesjährigen Entenbett schwimmen hier begrüßen. Ich darf vor allem die Kinder begrüßen. Denn der Kinder wegen machen wir das heute. Und Sie haben nichts weniger beitragen dazu, als ein Los für 5 Euro zu kaufen und den Kindern damit eine Freude zu machen. Denn die Erlöse gehen an die Kindergärten hier in Lauterbach und Stadtteilen und in Wartenberg. Das heißt Andersbach und Landenhausen. Ich habe mir heute Morgen bei dem Notizenmachen ist mir hier ein Kalenderblatt aus einem speziellen Kalender ins Auge gefallen. Der passte ganz gut, der Spruch. Es sind nämlich Kindersprüche. Und eine Jonna, 4 Jahre alt, hat gesagt, ich kann später leider keine Mama werden, weil ich nie einen Mann finden werde, der aussieht wie mein Papa. Das war am Vatertag im Kalender. Natürlich, Wahnsinn. Ich darf auch ganz herzlich begrüßen den Bürgermeister der Kreisstadt Lauterbach, den Heiner Hans-Rollmöller, den Bürgermeister von Wartenberg, Herrn Dr. Olaf Dahlmann und unserer Bierprinzessin Diana Dickert. Danke fürs Kommen. 2014. Schon ein sehr erfolgreiches Reden hinter uns gebracht mit sage und schreibe. 2745 Enten. Wir dachten eigentlich, das ist nicht zu steigern. Wir mussten uns von Ihnen eines Besseren belehren lassen. Wir sind bei sage und schreibe 5.489 Enten angekommen. Sie dürfen sich gerne selbst verhalten. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Tim, lieber Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Bierprinzessin, lieber Rainer Hans-Rollmöller, lieber Olaf Dahlmann. Wir freuen uns, dass Sie alle gekommen sind, heute hier zum Start des Älteren Rennen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, die es zu uns haben. Wir müssen deshalb kurz machen, weil kaum ein anderes Ereignis im Vorfeld so toll beworben wurde und das auch damit lauterfach in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gezogen hat. Ich wünsche dafür dem Lions Club ein herzliches Dankeschön. Das Eigentliche ist aber die Kinder stehen im Vordergrund. Und deshalb ein Dankeschön dem Lions Club, dass Sie sich auch als Service Club der Kinder annehmen, speziell wie in Lauterbach und in Brandenberg. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und unterstützt auch die Arbeit der städtischen oder gemeinwürdigen Interessen. Ich möchte auch ein herzliches Dankeschön sagen, uns in Lauterbacher Einzelhandel, der sich immer wieder einbringt, wenn es darum geht, Lauterbach in den Fokus zu rücken. Es ist ganz wichtig, dass wir alle mit an einen Strang ziehen, um diese Region, um Lauterbach-Wadenberg-Laudertal, in den Fokus der Öffentlichkeit zu richten. Es ist immer wieder toll, wenn eine gemeinschaftliche Leistung erbracht wird und deshalb auch allen Einzelhüttern ein herzliches Dankeschön. Ich möchte aber auch an der Stelle einmal den Lions Club insgesamt sagen für seine Arbeit, die er leistet. Er stellt sich immer wieder für gesellschaftliche Handgruppen oder andere Dinge zur Verfügung. Er hilft, er unterstützt und ich denke, das ist sehr wertvoll. In diesem Sinne wünsche ich allen 5.489 einen guten Start und ich hoffe, dass das alles auch von der Dienstgeschwindigkeit hergeht. Ihnen allen viel Spaß und noch schöne Stunden im Städtchen in Lauterbach. Ich hoffe, wir sehen uns in einer anderen Gelegenheit wieder. Ich freue mich auf einen super Start und dass alle Enten gut in den See kommen. sehr gut. Und jetzt machen wir einen Countdown gemeinsam. 3. 4. 9. 8. 7. 6. 4. 1. 3. 1. 0. 6. 5. 5. WEPS 3. 5. 6. 5. 8. 7. 10. 7. 7. 8. 3. 7. Ich will nicht sagen. Ja, perfekt jetzt. Eine Minute, perfekt jetzt. Ich will nicht sagen, du bist so herrlich schwach. Dann brauch ich um, benutzt nicht. Wo zu senden, stieß die Freunde da. Du blickst nicht an in deinen Sprint, du bist die Land. Die und du, und du, nehmt auch schon. Dann sagst du, bula palu, bula palu. Bula palu. Bula palu, bula palu, bula palu, bula palu, bula palu. Der beaufsichtigt das Ganze und hat die Sache im Griff, dass alles mit Recht und Ordnung zugeht. Und dann werden wir gleich in wenigen Minuten wissen, welche Nummer das Rennen bzw. das Wettschwimmen gemacht hat. Der Zieleinlauf ist gleich soweit wichtig ist natürlich, dass wir die Enden nicht berühren und dass wir sie nicht stören, sodass der reine Zufall darüber entscheidet, wer das Auto im Wert von 11.190 Euro gewinnt. Das ist die spannende Frage, aber nicht nur das Auto gibt es zu gewinnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wir haben natürlich auch noch einen wunderschönen Platt TV im Wert von 2.000 Euro. Ein Fahrrad im Wert von über 1.000 Euro. So, jetzt sind die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 5 Enden, soweit ich von hier oben sehe, im Zieleinlauf. Im Prinzip kann ich jetzt sagen, der Sieger steht fest oder die ersten 5 Preise sind feststehend, sind vergeben. Wir wissen nur noch nicht, welche Nummer verbirgt sich auf dem Bauch der Ende. Das ist jetzt die spannende Frage und das Feld dahinter stoppt etwas. Es gibt einen Leerraum, da müssen wir noch ein bisschen mehr Druck von hinten machen. Aber wenn die 5.000 anderen kommen, wird sich das schon erledigen, denke ich. Aber die ersten 5 sind im Zieleinlauf und passieren jetzt auf den letzten Zentimetern, kriegen sie sogar ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Und das THW steht bereit und die Aufsicht der Schiedsrichter, alle stehen parat. Welche Nummer wird registriert? Wir brauchen ein bisschen Platz hier vorne beim Zieleinlauf, damit wir hantieren können die Nummer 1, die Tüte mit der Nummer 1. Es läuft also jetzt so ab. .... ... ... ...